Dort, wo mehrere Kulturen aufeinandertreffen, entstehen Hochkulturen. Ich finde das, wie gesagt, ein wunderschönes Bild, also die Sars mit den brasilianischen Instrumenten. Ich bin kein Musiker, aber ich finde, das ist wirklich beeindruckend, dass so viele Instrumente hier stehen. Und ich finde, Musik ist eine der schönsten Sprachen, die gesprochen werden. Vielen Dank. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.